Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Square Mechanic Wir wollen eine automatische Fahrfunktion auf einer Schiene für den Jurassic Park 1992 Ford Explorer herstellen Und da habe ich schon in der letzten Folge ein bisschen angefangen und damit machen wir jetzt weiter Und zwar brauchen wir jetzt wieder die Small Sensors Denn wir haben festgestellt, es reicht nicht hier nur einen Sensor aufzubauen Wir müssen hier eine ganze Reihe an Sensoren haben Weil die Kurve, wenn der hier in die Kurve geht, gibt es ja diesen Knick Und dann läuft nämlich die Kurvenschiene aus dem Bereich dieses Sensors raus Und damit hört das Fahrzeug aufzulenken Und das müssen wir jetzt anpassen So, dann mache ich das jetzt hier auch alles mal auf 1 Auf der anderen Seite können wir an sich eigentlich auch schon die Sensoren anbringen Die brauchen wir ja da auch So, 1, 1, 1 So, und jetzt verbinden wir erstmal die auf der linken Seite Weil wir ja ne, äh, beziehungsweise auf der rechten Seite Weil wir eine Drehung nach rechts haben Oder eine Kurve nach rechts Und zwar lösen wir den hier mal komplett ab Und wir sagen Genau Und wir sagen, sei aktiv lieber Input Generator Wenn einer von diesen Sensoren aktiv ist Und solange einer von denen aktiv ist Wird die Lenkung auch beibehalten Quasi in die eine Richtung Und das wollen wir haben Genau das wollen wir so haben Und dann testen wir das Ist mir nicht spannend Ja, 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 ja Okay, gar nicht so verkehrt Also wir sind jetzt schon mal um die Kurve rumgekommen Huch, nein, 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 stehenbleiben, stehenbleiben, stehenbleiben Also wir sind jetzt schon mal um die Kurve komplett rumgekommen Ja, das müssen wir schon mal sagen an der Stelle Das ist gar nicht schlecht Wenn man jetzt die Lenkung noch einen Ticken früher aktivieren würde Dann würde der auch nicht so komisch hängenbleiben Beim Lenken Also wenn die Lenkung hier schon ein bisschen früher einsetzt Dann würde der hier hinten weniger Gefahr laufen, hängen zu bleiben Das hängt aber auch von der Maximalgeschwindigkeit Zum Zeitpunkt ab An dem die Kurve erreicht wird Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen Ich weiß jetzt auch, warum Rod seine Steuerung für die Fahrzeuge Also seine Schienensteuerung so gemacht hat Dass die eine Auslassung im Boden zur Steuerung benutzt haben Und keine Schiene Weil das natürlich beim Lenken weniger Probleme macht Wenn der einfach nur die Lücke abfragt Und nicht sich selbst an der Schiene verhakt dann quasi Das birgt natürlich deutlich mehr Fehlerpotenzial an der Stelle Aber naja gut Ich habe mich jetzt für den Weg entschieden Jetzt müsste ich zusehen Dass ich etwas programmiere Oder beziehungsweise dass ich die Logikblöcke so nutze Dass sobald auf dieser Seite die Sensoren aktiv sind Dass sich die Wirkung hier drüben Die Lenkwirkung, die nach rechts lenkt Aufhebt Und das ist jetzt schon die erste richtige Kopnuss Sag ich mal Das ist jetzt eine richtige Kopnuss Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das machen Active if any of the link triggers are active So jetzt müsste man den nochmal in einen weiteren Sensor leiten Oder beziehungsweise Logikblock, nicht Sensor Ha, da lenkt er schon direkt, Moment Der das Signal nochmal aufsplittet Und dann das Ganze Man bräuchte hier auf der Seite jetzt auch nochmal Sensoren Die können wir auch schon mal Oder Logikblöcke Sensoren, Logikblöcke Die hier die Sensoren abfragen Auf der Seite So, da sagen wir Active if any of the link triggers are active Genau Das heißt, sobald diese Reihe aktiv ist, wird der getriggert Und sobald hier einer von denen aktiv ist, wird der getriggert Und damit haben wir schon mal hier diese zwei Positionen abgeklärt So Jetzt müsste man das Ganze differenzieren Jetzt müsste man sagen Wenn der aktiv ist und der auch Ist der hier inaktiv Oder beziehungsweise nur wenn hier welche aktiv sind und nicht hier Ist der hier aktiv und gibt ein Signal an die Lenkung Das nach rechts gelenkt werden soll Sobald hier einer aktiv wird, muss die Lenkung aufhören Weil wir dann nämlich zu sehr in die Kurve lenken Und dann müsste das Gegenteil aktiv werden Dann müsste hier gelenkt werden Also hier so nach links Und nicht mehr nach rechts Damit wir uns so ein bisschen auf die Kurve einmanövrieren können Nachjustiert sozusagen Und das ist jetzt schwierig Ich könnte mir jetzt von Rod einfach eine Erfindung angucken Weil die haben das schon mehrfach gemacht Ich will das jetzt aber mal versuchen, das selber zu machen Ja, deswegen kann das jetzt ein bisschen dauern Ich bitte um Verständnis Das kann jetzt einen Moment dauern Ich bin kein Experte, was Logikblöcke angeht Hat man beim Fahrstuhl auch schon mal gesehen Und es kann auch durchaus sein, dass ich manches dann offscreen mache Wenn ich überhaupt nicht weiterkomme Wenn ich das so haben möchte, dass der hier Der den aktiviert Aber der den dann wieder deaktiviert Dann heißt das Ich muss so folgendermaßen vorgehen Muss nochmal kurz gucken Wie waren die nochmal eingestellt If an even number of link triggers are active Wenn eine Ja, eigentlich ist es das Wenn eine gerade Zahl Ne, Moment If only one of the link triggers are active Ne, das ist es hier If only one of the link triggers are active Also wenn beide aktiv sind Ist der hier schon mal nicht aktiv Und das wollen wir nämlich So, dann nehmen wir das mal ab Von dem Logikblock da Und sagen Nur wenn einer von diesen beiden hier aktiv ist Also nur wenn eine Sensorreihe Alarm schlägt Lenkt der hier Nach rechts Und es sollte idealerweise Diese Sensorenreihe sein Die dann aktiv ist Wenn die hier aktiv ist Deaktiviert er sich wieder Ich hoffe das funktioniert Ja, wie gesagt Ich hoffe das klappt Also solange wir nur in eine Richtung lenken Geht das auch Problematisch wird es glaube ich Dann, wenn wir versuchen In verschiedene Richtungen zu lenken Dann wird es schwierig So, jetzt bin ich mal gespannt Ich probiere das jetzt mal aus Er müsste jetzt eigentlich schon so schlau sein Und erkennen Ja, guck mal an Aber warum hat jetzt da Auf der rechten Seite der Sensor gezündet Wartet mal Das verstehe ich jetzt nicht Hatte der Der hatte doch kurz bevor Das Ding in die Kurve gegangen ist Gezündet Und hat dadurch die Kurvendrehung Verlangsamt Glaube ich Mal gucken jetzt hier nicht raus Jetzt Ah, das rauskommen hier aus den Fahrzeugen Ist aber auch immer so eine Sache Und dabei habe ich das alles schon so geräumisch gebaut Geräumisch So geräumisch Hm Er kann ja keine Schräglage haben Das kann er ja nicht haben So, Moment Jetzt bin ich mal gespannt Jetzt, äh Ich aktiviere das jetzt einfach mal von außen Ah ne, ich erreiche den Scheiter nicht Nee, nee, ich mach das schon So Jetzt bin ich mal gespannt Ja Ja, nee, eigentlich doch, doch Der macht das schon richtig Das ist schon korrekt Das passt Ich meine, man könnte jetzt natürlich auch Einfach noch ein zweites paar Motoren einbauen Sobald eine Kurve erreicht wird Also sobald einer von diesen beiden Sensoren rein zündet Verlangsame die Geschwindigkeit auf den anderen Motor Das heißt, dann wird von einem Motor auf den anderen umgeschaltet Und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs wird langsamer Und so hätte das Fahrzeug eine bessere Möglichkeit Sich auf der Kurve zu orientieren Und ich glaube tatsächlich Ich werde die Federung des Fahrzeugs Nochmal richtig hart einstellen Damit, äh, das nicht so nachfedert Weil, wenn das nämlich hier so rumfedert Wenn der auch ein bisschen schneller fährt Dann lösen hier nämlich die Sensoren aus Obwohl sie gar keinen Schienenkontakt haben Und das wollen wir natürlich nicht, ne? Jetzt will ich aber erst mal Mich nochmal drum kümmern Eine Lenkung in die andere Richtung zu bauen Also, dass er quasi auch wieder gegenlenkt Wenn er jetzt zum Beispiel auf der Schiene Zu weit nach rechts gelenkt haben sollte Oder so Dass er sich da quasi hier an den Sensoren Auch eine Lenkung quasi Ja, steuert Sozusagen Und jetzt muss ich mal gucken Wo liegen eigentlich die Bearrings Die das Ganze steuern Okay, die liegen da außen Das ist ja eigentlich gar nicht so gut Muss ich sagen Ich glaube, wir müssen die ganze Radaufhängung Nochmal anders konstruieren Weil, erstens ist die Achse zu tief Da könnten wir Probleme kriegen Mit der Schiene Und zum anderen ist Sind die Stoßdämpfer eigentlich gar nicht notwendig Also zumindest nicht Wenn wir in der Flatworld rumfahren damit Und es geht ja eigentlich mehr oder weniger Nur in der Flatworld Weil diese Schienen Die müssen gerade aufliegen Und wenn die in der Geländewelt Da kann man die ja nicht gerade aufliegen lassen Weil da immer irgendwie ein Höhenunterschied ist Deswegen Ja, können wir das in der Geländewelt So sowieso nicht bauen Deswegen brauchen wir auch keine Stoßdämpfer Weil wir, wie gesagt Ja, nur hier rumfahren damit Okay Lange Rede, kurzer Sinn Ich entferne jetzt einfach mal die Räder Und wir setzen das Ganze einfach nochmal komplett neu Die Achse und alles Und ich meine die Höhe ist ja schon richtig Das werde ich jetzt auch gleich mal so umsetzen Und zwar nehmen wir uns dafür einfach mal Wo sind sie? Ich muss jetzt mal die Rohre wiederfinden Normale Rohre Oder wartet mal Wir nehmen mal die hier wieder So Und dann nehmen wir die hier So Und wir nehmen Ja, Invisible Beerings wieder, oder? Aber jetzt muss ich die erstmal wiederfinden Hier sind sie So Genau Und dann Genau, löschen wir das mal Setzen das da hin Moment Wir setzen mal oben eine Invisible Beering Dann da das Rohr Da drunter eine Invisible Beering Und dann eine Kurve nach links Moment Hier ist die Kurve So Und jetzt muss ich mir nochmal das Rad raussuchen Was wir da hatten Welches waren das nochmal? Das war eins von den gemoddeten, ne? Mal gucken Ich glaube nicht, ist das aktiv Ja, hier, das hier war es, ne? Eins von den beiden war es, glaube ich Jetzt habe ich natürlich das falsche Tool weggelöscht Moment So Ähm Ist das das Rad? Moment Das ist doch viel zu groß Ja, das ist viel zu groß Moment Was habe ich denn da für ein Rad genommen? Das ist schon Das ist ein Standardrad, oder? Das Big Wheel Habe ich genommen Eins von hier oben Das hier habe ich, glaube ich, noch genommen, oder? War das nicht das? Ja, das ist es Ja Hoffe ich, passt das da jetzt noch hin Oh, wir müssen da natürlich auch noch eine Invisible Beering anbringen Ja, das passt sehr gut Sehr gut Wunderschön 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 So, dann machen wir das weg Das weg Das weg Und das weg Wir setzen da oben eine Invisible Beering Dann darunter ein Rohr Dann nochmal eine Invisible Beering Dann ein Rohr zur Seite gebogen Da auch nochmal eine Invisible Beering drauf Und dann ein Rad Und ich sehe gerade jetzt sind die Räder zu eng zusammen Moment Das haben wir aber gleich Wir müssen da noch einen kleinen Abstand einfach dazu setzen Und guckt mal Das ist jetzt cool Weil jetzt könnten wir sogar Die zweite Motorstufe hier mit umsetzen Seht ihr das? Wir könnten jetzt hier nochmal ein Set Beerings draufsetzen Und die Vordere und die Hintere mit jeweils einem anderen Paar Motoren verbinden Und damit dann unterschiedliche Geschwindigkeiten erreichen Das mache ich jetzt aber noch nicht, weil das ist jetzt noch die Zukunftsmusik mehr oder weniger Das ist noch ein bisschen in weiterer Ferne, sag ich mal So Genau so passt das jetzt Und dann haben wir jetzt auch zwei Beering Möglichkeiten, um hier zu lenken Genau Dann verbinden wir mal die oberen auf den einen Controller Gucken, dass ich jetzt hier richtig ihn erwische So So, genau Und da sagen wir dann Lenke in die Richtung Holen wir mal den runter Also das Fahrzeug Ich hol mir mal mein Fahrzeug runter Ach ja, das geht ja nicht Scheiße, Moment, da muss ich halt die Tür aufmachen So, genau Er hat es schon mal geschalten Und da machen wir wieder 45 Grad Und nochmal 45 Grad Passt das jetzt? Hä, wieso dreht er sich jetzt nicht? Ach ja, stimmt, weil die unteren Beerings Weil die jetzt natürlich da Weil die nicht steif sind, versteht ihr? Ganz wichtig Sie sind nicht steif Das heißt, wir müssen die erstmal Wir müssen nochmal einen Sensor Oder hier Wie heißt der? Kontrolensky setzen Und das Ganze dann Mit den Oh Gott Ich muss wieder viel zu viele Verbindungen Hier mit den unteren verbinden Damit die Nämlich steif sind Damit die nicht sich wegrutschen Wenn der obere Wenn das obere Paar Beerings dreht So, das müsste eigentlich gehen jetzt Wir sehen das nochmal auf den Lift Und dann setzen wir das hier mal ab Geht es? Ich fahr mal kurz vor Wir probieren das nochmal aus Vielleicht sollte ich auch Moment Vielleicht sollte ich auch noch die Motoren hier verbinden An der Stelle Genau Ich meine an sich Wie gesagt Wir haben jetzt hier zwei Motoren Und wir haben quasi Für jede Seite des Fahrzeugs Haben wir eine Oder einen Motor Ja, also Zwei Räder Einen Motor Man könnte jetzt Jeden Motor Auf alle Räder Verbinden Und dann die Sache Mit der doppelten Geschwindigkeit Und mit den verschiedenen Geschwindigkeitseinstellungen Umsetzen Das würde sogar gehen Jetzt schon Wie gesagt Mache ich jetzt aber nicht Weil das die ganze Sache Noch verkompliziert So Machen wir mal die zwei Und gucken mal Jetzt bin ich gespannt Jetzt haben wir ja vorne Auch keine Federung drin Ja da sind wir zu schnell Gewesen Habt ihr das gesehen Das war zu schnell Da hat er nämlich Da hat er nämlich Kurz bevor er die Kurve Erreicht hat Nochmal beschleunigt Weil er dann seine Endgeschwindigkeit erreicht hat Und das ist natürlich Prickhänt Wenn ich das mal sagen darf Da müssen wir aufpassen So ich Ich setze das jetzt einfach Mal ein Stückchen Weiter vorne hin Das ist halt so ein bisschen Der Haken Je nachdem wie schnell Das Teil halt fährt Muss er natürlich Jeweils früher oder später In die Kurve gehen Das ist ein bisschen schwierig Das macht es echt Ein bisschen kompliziert Aber naja gut So ist das Es wäre ja auch langweilig Wenn es einfach wäre Oder So schauen wir mal Na guck mal Das sieht zum Beispiel Schon mal sehr gut aus So und jetzt Jetzt hätte er hier halt An der Stelle Nach rechts abbiegen müssen Das haben wir jetzt noch nicht eingestellt Kann ich hier die Tür aufmachen Nein kann ich nicht Dann lande ich auf dem Setz Auf dem Setz Lande ich da So das nehmen wir nochmal auf Die Motoren Muss ich noch eine Stufe Langsamer einstellen Moment jetzt muss ich mal gucken Genau wir haben das hier Darüber gesendet Damit wir sagen Sei deaktiviert Jetzt machen wir das gleiche Warum ist der hier eigentlich Warum sendet der eigentlich ein Signal An den Ach ne Moment Was macht der hier eigentlich nochmal Der macht doch gar nichts oder Warte mal Ne Moment Macht der hier was Der muss doch gar nichts machen eigentlich oder Moment mal Der muss doch hier nur rüber verbunden sein oder nicht Der hat doch hier gar nichts zu tun eigentlich oder doch Ich bin gerade Minimals verwirrt Ihr merkt das vielleicht gerade Ich habe schon wieder den Faden verloren Das ist schlimm Ich habe bei mir jetzt gerade wieder den Faden verloren Wie ich mir die Logik hier gedacht habe Das hatte doch schon einen Sinn gehabt Oder Dass hier nochmal diese zwei nochmal separat waren Okay warte mal Das muss definitiv darüber Weil der soll ja deaktiviert sein Wenn der hier aktiviert ist Bam Und bei dem hier müssen wir es ja nur umgekehrt machen Was hatte ich hier bei dem auf der anderen Seite eingestellt Moment If only one genau ist active So Moment dann machen wir das mal so If only one is active Und dann verbinden wir das ganze so Und dann den hier rüber Bam So jetzt müssten sie sich eigentlich gegenseitig deaktivieren Ach das ist jetzt Auch die Frage Welchen nimmt er sich jetzt als aktiven Auf der jeweiligen Seite Es kann jetzt natürlich auch sein Dass sich die Wirkung komplett aufhebt Das wäre auch lustig Okay wir probieren das jetzt einfach mal Wir nehmen jetzt mal Den Sensor hier Auf den Ähm Controller der die unteren Rotationen kontrolliert Die haben wir ja noch nicht eingestellt Und jetzt muss ich mal gucken Von oben so ein bisschen Drehen die sich richtig Die oberen lenken nach da Und die unteren lenken nach da Ja die sind richtig eingestellt Genau So dann stellen wir da auch mal 45 Grad ein Für die unteren Bearrings Bin jetzt mal gespannt Oh Gott das wird doch schon wieder so unübersichtlich hier alles Also 45 Grad 45 Grad Und jetzt bin ich mal gespannt Wie das funktioniert Aber ist doch geil oder Dass man sowas auch realisieren kann So eine Jurassic Park Autolenkung So eine automatische Das ist schon eigentlich geil Das ist halt Scrap Mechanic Ja okay die heben sich jetzt gegenseitig auf Das habe ich mir fast gedacht Okay Niemand hätte vorhersehen können Dass Dr. Grant plötzlich Plötzlich aus einem fahrenden Fahrzeug springt Scheiße Moment wartet mal jetzt Ähm Wie machen wir das jetzt dann Das geht ja dann so nicht Wie ich mir das denke Weil sobald natürlich Ja einer von denen aktiv ist Hebt er ja den jeweils anderen auf Moment mal Das ist ein Rätsel jetzt Das ist jetzt der Punkt wo es rätselhaft wird Ich muss das mal versuchen jetzt Mit so einem kleinen Experiment hier mal Zu lösen das Problem Also wenn wir jetzt hier neben die Schiene Auf der Höhe der Sensoren Einen Block setzen Was passiert Warum ist der jetzt eigentlich aktiv If only one of the link triggers are active Jetzt Das ist wieder so der Punkt mit den Logikblöcken Jetzt werden wahrscheinlich einige schon wieder Die Hände über den Kopf zusammenschlagen Die sich mit Logikblöcken komplett auseinandergesetzt haben Und die auch irgendwie keine Ahnung Programmieren können Hast du nicht gesehen Ja aber ich würde sagen An der Stelle ist jetzt erstmal die Folge zu Ende Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Scrap Mechanic Und dann versuche ich dieses Problem hier aufzudröseln Bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic Bis dann, ciao, ciao Bis dann, ciao, ciao